Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Schammermal auf meinem Kanal. Ich bin die Dano und ihr seht es hier Surviving NAS. Als Hinweis dieses Wochenende kann man das Spiel kostenlos auf Steam spielen, also einfach runterladen und loszocken. Es kostet im Moment auch nur 10,19€, also ist relativ günstig. Ich nehme an das geht, Aktion 20. Mai steht da. Es gibt auch schon ein DLC oder zwei, ist mir nicht so ganz klar. Da ich das Spiel aber noch nicht kenne, lachte ich mir, wir schauen es uns einfach mal an. Vertrieben wird das Spiel von Paradox und Entwickler sind Hebeemont Games. So, die Grundlagen. In der Option muss man übrigens die Sprache nur ein bisschen suchen, man findet es ganz schnell. Ja, willkommen auf dem Mars. Ja, willkommen auf dem Mars. Bei dieser Übung lernst du, wie man auf der Mars-Oberfläche grundlegende Ressourcen sammelt, eine kleine Basis errichtet und die Rakete betankt, um sie zur Erde zurückzuschicken. Lass uns anfängen. An... äh anfängen, ja. Natürlich. So, im Verlauf der Ausbildung schlechte dich die Sprache ausschalten sollen. Okay, also im Verlauf der Ausbildung wirst du immer wieder Tipps wie diesen erhalten. Sie enthalten nützliche Informationen darüber, wie du deine aktuellen Aufgaben erfüllen kannst. Okay. Okay, also ich soll mal hineinzuholen. Mit W, A, S, D, E, Klar. Äh, das gerade damit kann ich... Oh, oh, net. Ähm... Lass deine Rakete auf dem Mars landen. Und wo? So. Mit dem Roket selektiert. Designate a landing site on the indicated location. Okay, also ich soll quasi da jetzt einmal landen auf dem Mars. Alle ist sogar zuschlipper. Herzlich willkommen auf dem Mars. Was ist denn das? Ach süß. Drohnen und Ressourcen. Wir haben aufgesetzt. Die Rakete ist auf dem Mars gelandet. Sie sind mit Drohnen beladen. Ferngesteuerten Robotern, die sich um deine Bauvorhaben und das Sammeln von Ressourcen kümmern. Das Sammeln von grundlegenden Ressourcen für die Errichtung von Gebäuden ist eines der ersten Dinge, die unsere Marsbasis benötigt. Platziere ein Metalldepot, damit die Drohnen automatisch beginnen, Metalle von den nahegelegenen Vorkommen auf der Oberfläche einzusammeln. Okay. So. Dann gehen wir mal hoch. Nehmen wir ihn da her. So. Öffne das Baumenü. Dann Lager und ein Depot für spezielle Ressourcen. Was haben wir da noch? Mülldeponie, Universallager und eine große Mülldeponie. Metalldepot. Hierher? Ach, das ist das Vorkommen. Okay. So. Wir müssen was direkt daneben setzen. Nutze die Steuerung auf der Blickfeldanzeigen. Und die folgenden Tasteklüssel. Ja mit Plus und Minus kann ich schneller. Ja ist klar. Wie ist schon klar. So. Jetzt fahren meine Kleinen, ah da bauen es ab. Gut ist ja trotzdem gleich da. Ja, sie sind schon da. Unsere Rakete ist mit... Hat dem ist noch den Tonabdrehen? Also unsere Rakete ist mit wertvollen Ressourcen beladen, die für den Bau und die Erhaltung einer Kolonie entscheidend sind. Am Anfang ist es am besten, den Drohnen ein Universallager zuzuweisen, in dem sie die Ressourcen lagern können. Okay, also dann gehen wir mal zur Rakete und bauen hier, bauen, Universallager und ich würde sagen, bauen wir es mal da her. Neben Metallen ist Beton die andere unerlässliche Bauresource. Also der Betonextraktor muss über einen Beton vorkommen oder in dessen Nähe platziert werden. Ah, das ist also Beton, okay. Gut, dann machen wir das mal. Wir gehen bauen auf Produktion, Betonextraktor und da sagt man schon, er hätte ihn gern da her. Kann ich den drehen? Warte mal. R und T. Ja, ja, das weiß ich schon. So, jetzt muss ich mal ganz kurz da reingehen in die Optionen, Audio. Ich stimme, es tut mir leid. So, anwenden. Griesen. So. Kommen wir zum einen hinzu, wie das Schiff entladen wird. Jetzt sie die Ressourcen darüber bringen und auf der anderen Seite bauen sie das hier. Metalle sind zwar, Polymere sind zwar drin. Aber wenn das doch ein Metalldepot ist, warum bringt sie Metalle daher? Ah, so kann ich sagen, kein Metall, kein Metall, okay. Weil Metall gehört darüber. Strom. Wie die meisten Gebäude benötigt auch der Betonextraktor Strom. Ein verlässliches Stromnetz sowie eine sichere Stromversorgung sind für den Erfolg der Kolonie unerlässlich. Sterlinggeneratoren sind zwar ausgezeichnete Stromquellen, aufgrund ihrer Komplexität können sie während der frühen Phase der Kolonialisierung des Mars jedoch nicht gebaut werden. Daher werden sie in Form von Fertigbauten von der Erde eingeflogen. Fertigbauten benötigen keine Ressourcen, sondern müssen lediglich von Drohnen ausgepackt und zusammengebaut werden. Wir haben dir einen Sterlinggenerator-Fertigbauer zur Verfügung gestellt. Das ist aber nett von euch. Das ist dann auch bauen. Ja, bauen. Strom. Ein Sterlinggenerator. Und zwar... Wohin, das ist... Dann sagen wir mal hierher. Meine lieben Drohnen, wir dürften es entpacken. Was haben wir gemacht? Wir haben Polymer. Öffnet das Baumenü und verbindet den Generator mit einem Stromkabel. Stromkabel. Und hier. Darüber. Und schon wird das Stromkabel gebaut. Gesteinsabfälle und das Betondepot. Nebenprodukt aller Extraktoren und werden idealerweise in festgelegten Positionen gelagert. So kannst du sicherstellen, dass sie bei späteren Bauvorhaben nicht im Weg sind. Und die Menge an Gesteinsabfälle pro Ressource hängt von der Qualität des Ressourcenvorkommens ab. Du kannst ein Ressourcenvorkommen auswählen, um dir seine Qualität zu widern. Ah, ja. Ich soll eine Mülleponie für diese Gesteinsabfälle bauen. Eine Mülleponie war hier? Moment, ich finde es doch selber. Eine Mülleponie. Das erste Mal im Wohnlager. Okay. Ja, und hier kann man es drehen, haben wir gesagt. Ach, ja. Dann hätte ich gerne noch eine Mülleponie. Ach, ja. Drohnen und Drohnenhubs. Die Drohnen arbeiten innerhalb der Reichweite der Drohnenkontrolleure, denen sie zugewiesen sind. Automatisch offene Aufträge ab. Aktuell sind alle Drohnen der Rakete zugewiesen. Wenn du die Rakete auswählst, siehst du die Arbeitsreichweite aller Drohnen, die ihr zugewiesen sind. Wenn die Rakete jedoch wieder abhebt, müssen die Drohnen einem neuen Kontrolleur zugewiesen werden. Ich soll einen Drohnenhub herstellen. Okay, dann, wo ist die Rakete? Okay, also die versorgt quasi... Ich meine, das da, oder? Schauen wir mal. Also wir sollen einen Drohnenhub herstellen. Drohnenhub. Ah, das sieht man auch besser. Okay. Wenn ich das jetzt hier in die Nähe baue, dann inhaltet das alles, was ich bisher habe. Dann brauche ich allerdings noch Strom. Strom, Kabel. Okay, kann ich das von hier einfach weiterbauen? Kann ich das über diese... Reicht das hier? Jetzt bin ich einfach mal neugierig. Müsste ja reichen, oder? Weiß es noch nicht. Außerdem wollte ich mir mal anschauen, dieses Ressourcen vorkommen. Ah, okay. Da ist doch ein. Ah, okay. Da kann ich einschalten, wo meine Schicht ist. Drohnenbatterien. Die Drohnen werden von Batterien angetrieben, die wieder aufgeladen werden müssen, ist klar. Jeder Drohnenhub hat zwei eingebauten Aufladestationen. Wenn sich deine Kolonie jedoch vergrößert, solltest du weitere bauen. Der Bau von Aufladestationen, vor allem in Bereichen mit Ruhr, Drohnen, Aktivität, ist für eine effiziente Arbeit unerlässlich. In der Nähe vom Betonextraktor soll ich die bauen, ist okay. Das ist auf jeden Fall mit Strom versorgt, das ist super. Eine Aufladestationen, wie wäre es dann, wenn ich die hier baue? Brauche ich dann noch gar nicht verbinden mit Stromnetz, was ist dran? Mein Metalllager passt voll. Ne, noch nicht. Was ist denn hier? Ah, zerstören, okay. Lager ohne Shuttlezugang werden nicht vom Shuttle angeflogen. Auftanken der Rakete. Eine stabile Versorgung zwischen der Erde und dem Mars ist unerlässlich. Vor allem während der frühen Phasen der Kolonialisierung. Kolonialisierung. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für einen Flug zum Mars und muss vor Ort wieder abgetankt werden, um wieder zur Erde zurück zu können. Treibstoff wird in Treibstoffraffinerien produziert. Außerdem brauchst du Wasser, um mit der Produktion beginnen zu können. Bauer einen Feuchtigkeitsvaporator und danach eine Treibstoffraffinerie. Okay, ich sollte mir aber dann in die Nähe vom Shuttle-Ding bauen. Lebenserhaltung. Einen erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Die Produktion wird in der Nähe von anderen Vaporatoren verringert. Keine Produktion während Staub stürmen. Okay. Das heißt, in so einem Radius habe ich immer nur einen. Ja, das ist mir die Störn nicht da drinnen. Das heißt, wenn ich einen hierher baue, brauche ich eine kurze Stromversorgung nur. Eine Treibstoffraffinerie. Den Treibstoff aus Wasser her. Kommandant, wusstest du, dass man das Baumenü mit rechter Maustaste oder B öffnen kann? Nein, wusste ich natürlich nicht. Aber danke, dass du mir meine Auswahl rausgenommen hast. Sehr nett von dir. Was sind diese Leitungen hier? Ich habe noch keine Ahnung. So, machen wir mal hier. Und der braucht noch Strom. Also nehmen wir jetzt Stromkabel. Daher. Und da werden wir auch Strom brauchen, denke ich. Und dann lassen wir es bauen. Nicht genug Strom. Ja, klar, weil die Stromleitung noch nicht fertig ist. Wir haben nicht genug Strom für alle Gebäude der Kolonie. Glücklicherweise haben wir noch einen. Ach, jetzt haben wir komischerweise noch einen. Aha. Habt ihr nicht vorher gerade gesagt, wir haben nur einen? Ich habe zugehört. Ähm, Sterling-Generator. Kann man den aber gleich daneben setzen, oder? So, wolltisch. Ja, geh den ruhig gleich aufbauen. Über ein Rohrsystem werden Wasser und Sauerstoff dorthin gebracht, wo sie benötigt werden. Der Feuchtigkeitsvaborator muss durch Rohre mit der Treibstoffraffinerie verbunden werden. Okay, machen wir. Ähm, machen wir Rohre. Werden natürlich hier sind. Und hier, und hier haben wir die Rohre. Das heißt, ich nehme an, da, wo ich es hier... Hier wird schon Flüssigkeit gewonnen. Und der kriegt noch nicht genug Wasser. So. Gehen wir noch einmal vor. Ah, okay. Ja, das war mein Fehler. Ich muss auf so ein Gebiet drauf. Verbinde... Ja, das haben wir ja gerade. Danke für deine Tipps. Treibstoff. Die Treibstoffproduktion wurde aufgenommen und die Drohnen werden der Rakete jetzt Treibstoff liefern. Verwende die Tempo. Ja, ja, das ist... Ja, betanke die Rakete. Da stehen ein paar Drohnen rum. Ah, die springen da rauf. Okay. Die sind halbstoff fertig. Da steht einer. Okay. Du kannst die Rakete auswählen, um auf der Infotafel der rechten Seite, wie viel Treibstoff schon da ist. Wo sehe ich das? Moment mal, bitte langsam. Betonmetalle, Export, Tanke, zwei von fünf. Okay. Acht Drohnen haben wir. Da kommt die dritte. Drei fehlen noch. Oh, da sammelt sich schon das Gestein. Ist aber noch Platz. Hier sammelt sich das Metall. Ja, hier kontrolliert die Drohne. Ah. Wähle die Rakete aus und drücke auf Starten. Tschüss. Bring mir net das Zeug mit. Okay, die Rakete ist weg. Und jetzt? Mission abgeschlossen. Du hast das erste Tutorial abgeschlossen. Also bisher schaut sie ganz niedlich aus, oder? Nächstes Tutorial. Ich bin neugierig. Willkommen, Kommandant. In dieser Trainingsübung machst du dich mit einem der wichtigsten Werkzeuge vertraut. Rovers sind Fahrzeuge, mit der eine Vielzahl von nützlichen Funktionen. Mit ihnen können Ressourcen transportiert, Drohnen befehligt und Anomalien analysiert werden. Sag mal. Du hast die direkte Kontrolle über alle Rovers in deiner Kolonie. Okay, ich habe einen Rovers. Ach da. Er ist unterwegs. Der ferngesteuerte Transporter kann Ressourcen auf der gesamten Karte aufladen und transportieren. Setzen wir hinein, um die nahegelegte Rakete zu betanken. Also zuerst einmal hier hin. Das war doch nicht das Treibstoffdepot, oder? Das da ist das Treibstoffdepot. Neben. Hier, hier ja. Hallo Auto. Da, hier ja. Wenn das Treibstoffsymbol erscheint, Kücke mit der linken... Ah. Okay. Lädt er 30 Treibstoff auf. Ich sehe hier, wie viel er hat. Oder 10, 11. Gut. 20 hat er schon. Da drüben haben wir die Rakete. 27, 8, 8, sehr gut. Und jetzt darüber zur Rakete, bitte. Ressourcen entladen. Müssen dann die Drohnen hinrein? Nein, ich weiß es gar nicht. Eigentlich schon, oder? Transport Routen. Cool. Lade Fracht und Zielkoordinaten aus. Machen wir dich mal ein bisschen schneller, mein kleiner Transporter. Ach, da stehen Drohnen. Okay. Er legt sich ein eigenes Lager an. Warte, bis die Drohnen den Treibstoff auf die Rakete gebracht haben. Ich will anschließen die Rakete und starte sie. Okay. Die Rakete braucht aber da schon mehr Treibstoff. Die letzte hat 5 braucht. Automatisierte Modus. Okay. Jetzt ist sie bald bedankt. Die Rakete hat halt momentan nichts von uns drauf. Und sie hat nur 4 Drohnen. Die 4 Drohnen beladen sie auch gerade. So, 26, 27, 28, sehr gut. Mach weiter so. Starten. Die Drohnen stellen fest, dass ihr Befehlszentrum weg ist. Verweiste Drohnen, genau. Manche Drohnen verlieren nach dem Start der Rakete ihren Kontrolleur. Wenn Drohnen ihren Kontrolleur verlieren, suchen sie in der Nähe automatisch nach einem neuen. Sollte sich keiner in unmittelbarer Reichweite befinden, musst du sie manuell einem neuen Kontrolleur zuweisen. Okay. Drücke und halte jetzt hier deine... Okay. Erneut zuweisen. Und zwar diesem hier. Der Transport. Das Sammeln von Materialien. Okay. Er braucht keine Drohnen. Dann suchen wir mal... ...meinen Ferngestalten. Achso, da ist er ja. Okay, bitte einmal hierhin Ressourcen sammeln. Ah, der fährt um den Berg ist sogar rum. Okay. Sammle fünf Metalle. Mach, mach. Er schaut schon ganz schön sandig aus, der Arme. Eines hat er schon. Er hat er schon. Okay. Gleich hat er genug. Wir sollen ja nur fünf sammeln. Ach, der war nicht mehr drinnen. Führen wir in einiger Entfernung von der Hauptbasis kleine Erweiterungen durch. Wir brauchen Ressourcen für die neue Basis. Der ferngesteuerte Transporter kann große Mengen an Ressourcen transportieren, indem er die Route mit Hilfe des Befehls Transportroute erstellen mehrfach abarbeitet. Okay. Also wir sollen eine Transportroute erstellen. Die Quelle festlegen ist die linke Maus. Da hast du mich gelesen. Auf das Universallager mit der linken Maustaste. Wo ist denn das Universallager? Ist das das doch? Ah, das da. Die linke Maustaste. Mal der Startpunkt. Oh Gott. Lade über das Pop-Up-Menü alle Ressourcen ein. Okay. Ich gehe mit der rechten Maustaste den Endpunkt der Route fest. Ja, ja. So. Ich glaube, das machen wir gerade noch einmal. Also Quelle. Alles. Und danach hierher. Gute Arbeit. Schauen wir halt jetzt mal. Wie ist denn da, Kleiner? Ach, da kommt er gerade. Okay. Okay. Ja, jetzt nimmt er Ressourcen auf. Aha. Er nimmt immer fünf von allem, oder was? Schaut so aus. Okay. Bringt er das da rüber? Legt er da wieder ein Lager an? Ich weiß, mit schneller geht schneller. Ach, er legt für alles ein eigenes Lager an. Okay. Kommandant, eine Sache noch. Der ferngesteuerte Kommandeur ist ein mobiler Drohnenkommandeur. Der mit seinen eigenen Drohnen ausgestattet ist. Mit seiner Hilfe kannst du Ressourcen. Okay. Das ist dieser hier. Okay. Der teleportt sicher, dass die Drohnen das fährt. Ja, das müsste ja gehen. Er hat vier Drohnen und wo ist er? Da kommt er. Schauen wir mal. Wir müssen einen neuen Sensorturm bauen, um die Umgebung scannen zu können. Okay. Gut, einen Sensorturm. Hierher. Und einen Sterling-Generator. Brauchen wir den da her? Danach brauchen wir noch Kabel. Strom, Stromkabel. Nein. 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 Ja. Schon rennen die Drohnen rum und machen. Das sind nur temporäre Lager. Sobald sie es abgesammelt haben, ist es weg. Jetzt ist es an der Zeit, mehr über das Scannen von Sektoren und das Erkunden zu erfahren. Du kannst neue Sektoren scannen, um mehr Ressourcen vorkommen, Anomalien zu entdecken. Das kannst du über die Kartenansicht tun. Und wo ist die? Da. Ah ja, Kameransicht und Kartenansicht. Du kannst Sektoren auf der Karte scannen, um neue Ressourcen, ja, das haben wir schon. Verwende eine Sonde, um einen Sektor zu erkunden. Da haben wir die Sonde. Und das hier sollst du scannen. 35 Metalle sind da drinnen. Da haben wir Beton und Metalle scheinbar. Achso, das ist die Warteschlange quasi. Du kannst bis zu 10 Sektoren zum Scannen einreihen. Gut gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, unseren voll funktionsfähigen, ferngesteuerten Erkunder einzusetzen, um die Anomalie zu analysieren. Wo ist denn der Kunde? Wo ist denn der Kunde? Der mit der rechten Maustaste. Wo ist der Kunde? Da. Er kommt da. Ich finde, das Spiel ist bisher ganz gut gemacht. Auch wenn ich gerade siebe, haben wir schon wieder eine halbe Stunde. Die Anomalie hat uns interessante Einblicke in neuen Technologien gewährt. Die Erforschung neuer Technologien schaltet neue Optionen für die Kolonie frei. Dazu gehören neue Gebäude, Kuppeln und Upgrades. Anomalierung gewähren häufig Forschungsboni wie Freischaltung neuer Technologien. Okay, wo findet man die Forschungsanzeige? Hier. Ach du Scheiße. Das ist die Forschungsanzeige. Von hier aus kannst du Technologien auswählen oder in die Forschungswarteschlange einreihen. Es gibt Forschungsbereiche für grundlegende Technologien und eine spezielle für bahnbrechende Technologien. Okay. Ah, die bahnbrechenden werden also nur durch Anomalien freigeschalten. Reihen mindestens eine Technologie zur Forschung ein. Was haben wir denn da? Wir hätten hier zum Beispiel Magnetfilterung. Okay, was haben wir hier? Logi Hochhaus. Atmend. Logi Antrieb. Brunnen und Rover bewegen sich um 20% schneller. Extraktoren sind schneller. Okay. Oder Produktivitätsausbildung. Kommandant. Eine Sache noch. Jede Technologie kostet eine bestimmte Menge an Forschungspunkten, die auf verschiedene Art generiert werden. Zuerst erhältst du ein paar Forschungspunkte von deinem Sponsor. Sobald die ersten Kolonisten eintreffen, kannst du Forschungslabore bauen und die Forschungspunkte schneller generieren. Auf der rechten Seite der Forschungsanzeige siehst du eine Aufstellung der pro Sol generierten Forschungspunkte. Wo sehe ich die? Durch meinen Sponsor kriege ich 100 Forschungspunkte. Okay. Gute Arbeit. Jetzt weißt du, wie man mit Rover umgeht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich sage Tschüss, Tschö, Baba und das hier ist Surviving Mars.